Moin Leute, ich bin jetzt zurück bei Destiny 2 mit Sachen finden hier in Neo Muna. Erstes Collectible ist hier hinten irgendwo. Da müsst ihr hier lang fahren. Da 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 da. Wir fangen jetzt einfach mal an. So, los geht's. Hoffentlich fahr jetzt auch richtig, wenn nicht dann Pech. Aber sollte eigentlich funktionieren, zumindest. So, ich probiere mich natürlich zu beeilen. Aber es ist alles noch frisch, alles neu hier. Ich habe noch nicht hundertprozentig die Orientierung hier in der Stadt, aber wir kriegen das bestimmt schon irgendwie hin. So, sind wir hier angelangt, genau. So, fangen wir da hinten weiter. Das ist hier das Gebiet. Der Rest ist eigentlich ziemlich easy. Fahrt hier unten in den Tunnel rein, dann hier rechts rum. Dann kommt da hinten so ein Gebilde an der Wand. Das da. Ja, da geht ihr einfach hier unter die Treppe. Und dann ist das auch schon da. Hier ist es einmal. So, da haben wir das Erste. Das heißt, jetzt auch hinstellen natürlich bei eurem neuen Unterschlupf oder so. Da könnt ihr euch die Sachen wieder hinstellen. Und dann haben wir da schon mal eine Sache. Wäre natürlich schön, wenn ich das laden würde. Oder schnell laden würde. Go, go, go. So. Wofür das nachher gut ist, weiß ich aktuell noch nicht. Das werde ich noch in Erfahrung bringen. Aber wie gesagt, hier unten haben wir einen Raum, wo wir halt alles hinstellen können. Das waren wir jetzt natürlich auch. Das war unsere Bude hier. Da war ich auch noch nicht drinne. So, da könnt ihr das Erste hinstellen hier, die Actionfigur. Und dann hat Triumph abgeschlossen. Mal schauen, wo der Triumph ist. Mann. Wie blöd. Hier ist es doch irgendwo, oder? Das ist alles was anderes. Das wollte ich jetzt nicht. Da. Triumph, Ritual vielleicht. Ne, das ist auch nicht. Sorry, es ist so viel hier gerade. Erkundung. Held in Action? Nein. Geheimnisse vielleicht. Es sind keine Puppen. Genau. Sammler alle einzigartigen Actionfiguren in Neo-Muna. Und platziere sie an ihrer entsprechenden Position im Wandler-Tor. So. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das habe ich richtig gelesen. Gesehen. Ich hoffe schon. Ja. Das war's. Nächstes Video kommt auch gleich wieder. Da ist die Actionfigur. Super Sache. Das war's. Das war's.